Ein Auto, was mich vom Charakter her repräsentiert, trotzdem schneller auf der Straße ist. Ich habe mir neulich den 3er als Coupé konfiguriert, in klassischem Weiß. Dark Red Metallic. Es muss ein Beige haben. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe Gris-Metallisier. Gris-Metallisier geht gut mit diesem Typ. 6-Onder, Turbodiesel. Ich habe ein Sportfahrwerk. Wenn ich ganz gut drauf bin, dann setze ich mir auch noch einen Heckspoiler drauf. Das wichtigste ist Sport. Dynamisch, jung, genau wie ich. Vielleicht ich auch noch ein Winter Package. Es muss Leather sein, und es müssen Heated Seats und Heated Steering Wheel sein, weil ich kürze. Ich habe die Anlage gefunden, die ich schon immer gesucht habe. Die klingt so, du machst dir kein Bild, das ist einfach nur toll. Er hat helles Leder im Innenraum, sportliche Felgen. Die Starspoke Sportwheels. Ja. Sie haben ein fantastisches Mobil-Office. Das passt einfach perfekt zu mir. Ja. Das will do it. Decomposier la voiture, ideal. Und ich glaube, ich bestelle mir jetzt mein Dreier-Copier. Ich kann es warten.